moin leute was geht ab euer klipper wieder am start mit türchen 3 ich wollte aber noch was sagen ich hoffe jetzt nicht dass dieser anhänger von der 3 nach oben gerutscht ist das habe ich mir nämlich gestern überlegt und da waren zwei sachen ist das normal oder war das jetzt die 3 ich weiß nicht wir werden das jetzt rausfinden ich werde jetzt die 3 hier öffnen weil ich glaube bei jedem ding ist ja immer eins drin glaube ich und ich glaube das ist auch so ja da ist nicht das genau das was ich mir gedacht habe dass das türchen 3 ist und das bei jedem immer eine sache drin das heißt das hier ist zwischen drei gut was machen wir jetzt ich habe dann dann öffnen wir hier so ein pokémon pack oder wir öffnen zwei ich würde sagen eins so und eins so das sind die vom letzten jahr also von diesem jahr und das sind die von dem jahr davor sonst ist das ja hier kacke fürs video ne also pikachu nice die habe ich selber auch noch nicht gesehen habe ich auch nie welche ausgepackt wir haben pikachu kirlia flat tutu da sind ja französisch nicht diesen auf deutsch ok gut und heiterer ja nice auch wieder eine pikachu karte die ins album kommt was aber witzig ist das ist nämlich genau die selbe hier nur mit einem ganz anderen effekt auch sehr lustig nice so das können wir mal dahin tun die ihr könnt weg tun da ist ja nichts dabei gewesen so jetzt machen wir hier auf da ist jetzt ein bisschen blöd dass der anhänger sich halt vor geschmuggelt hat na so jetzt sehen wir auch mal was in so ein pack drin ist ja eine pikachu dingens expresskampf was hier noch sachen drin was ist das denn also ein rad ok ok damit kann man bestimmt irgendwie so ein spiel spielen oder so hier ist noch mal eine erklärung das interessiert uns nicht glaube ich so und dann schauen wir was hier drin ist ja und ça capitula ein bauts holo ladybar u1 solution mitnamn ganz komischen artwork und kosto so nice ja also haben wir aber das hier ist eine andere hole unter guckt ihr an doitman den seiten holo das sind die auch vom vorletzten jahr und das sind die von diesem jahr ja sie sieht man gut dann würde ich sagen dass wir morgen hoffentlich was in dem türchen haben und dass es nicht verrutscht ist passiert naja ok also man sieht sich morgen haut rein meine freunde macht's gut schauseln